Die Leichtathletik kommt in die Stau. Am Samstag, den 31. Mai, fordern unsere Topathleten die nationale und europäische Spitze aus. Höfstens bei der Qualifikation für die Europameisterschaft in Zürich oder die Jugendweltmeisterschaft in Eugene. Leichtathletik, der Spitzenklasse und der Rahmenprogramm für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei. Der Startschuss folgt um 16 Uhr im Dante-Stadion. Wir sind bereit.